Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part zu Yooka-Lady und ja, ich habe etwas noch herausgefunden, wo ich ein bisschen nach dem dritten Part durch die Map, nenn ich es einfach mal, ähm, Glatsch bin herausgefunden, mehr oder weniger so ein kleiner Weg, ähm, da gehe ich jetzt einmal auch kurz hin, dafür müssen wir einmal kurz die zwei umbringen. Und zwar geht es nämlich hier rein einmal, aber auch extra alles gemacht, dass ich die, äh, hier noch einlösen kann, ähm, genau, und zwar gibt es hier einen Schalter, und zwar genau da ist noch eine weitere Seite und die möchten wir uns gerne abholen, auch wenn ich mich dabei ehrlich gesagt schwer... Ja, ich bin schon verkackt. Schade. Mann. Egal, zweiter Versuch. Ich hoffe, der wird besser. Oh, shit. Hey. Hilfe, was mache ich da? ach du scheiße ich hoffe dafür brauche ich nicht so lange ich glaube da muss ich immer kurze pause machen dass ich das nicht einfach skippen kann und direkt wieder loslegen kann oder direkt auf neustart klicken kann ja gut in den run lassen wir mal lieber auch kohle ich hab die Nein, nein. Verkacken. K genau das ist nachher gut gemacht ich habe ich habe keine Ahnung wie lange ich verbrauchen darf man der Eintritt K K K K K beim ersten Versuch war ich noch nicht die beiden, muss ich sagen, aber danach, ey, scheiße, ey, scheiße, ey, ja gut, den, man versuche ich das gar nicht, viel zu wenig Zeit dafür, mehr als ein Verkackt. Ja, was war das? Ne, ich hab nicht mal alle mitgenommen. Gut, jetzt habe ich alle, jetzt kann ich runter, sonst hab ich euch gesagt auch nicht so ne Ahnung, wo was schweigen könnte. Genau, schauen wir uns das mal an. Ach ja, steht ja nicht mehr genau, wie viele, oh, scheiße, wie viele pro Welt sind, oder ist das vielleicht eine große Welt, wo ich Sachen machen muss? Keine Ahnung, ich glaub, das müssten mehrere Elten sein, weil nach dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, gibt's mehrere Bosse, weil dafür krieg ich ja jeweils Trophäen, deswegen, na, glaub ich, es gibt schon Bosse. Ja, aber hier jetzt habe ich auch noch nie verstanden, was ist da? Oh, lol. Oh, nice. Hey, da fäll' ich doch auch unten, oder? Oh, schön. Okay, da fäll' ich noch. Hey, da sind wir tatsächlich schon. Oh, Mann. Entschuldigung. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Oh, Mann. Oh! Oh, Mann. Oh, Mann. Hm, Mann. Ichholge. Oh Mann. Oh, Mann. wie ich an die rankomme ähm da hab ich etwas verpackt ganz toll, naja, abgarten vielleicht war da jemand? Nö, ok genau, hier wollte ich noch was austesten ja, irgendwie hat das nicht so Sinn gemacht gut, jetzt macht es aber Sinn oh ne ist alle verkackt wie kann man so sehr verkacken? ach du scheiße was ist das bitte für ein vierter Part erst mal drei Jahre dahinten gefällt jetzt hier hier ver... hier ernsthaft verfallen ist doch ok, jetzt weiß ich nicht wo das ist ok oh Gott ok ich hab ehrlich gedacht, dass da oben ein Vogel ist also was ist auch immer da unten für ein Gespenster so, ne und Benji Kasui sind es ja eben Pögel aber anscheinend nicht, ok ein das ist doch ja ja das ist doch was mich halt immer noch verwundert das ist halt eben diese 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 die 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 immer noch dieses andere schwein ist aber ich habe etwas neues für mich entdeckt und vielleicht finde ich da noch irgendwas durchs dumme zugucken ja hier war der vogel ja loo warte noch mal die Attacke gab es nicht irgendwo eine Attacke um so eine Stampfattacke ah dann aktiviere ich die gleich auf jeden Fall nochmal in diesem einen hier in diesem einen Palast wo ich eben war dann mache ich mich schon auf dem Weg und dann fehlt nur noch in dieser Welt da ist der Rote nice ich gehe einfach hier lang der Challenge ist jetzt hier nicht drunter zu fallen was da denn äh einfach ein ist das ein Spielerautomat aber fehlt da noch irgendein Spass den ich umbringen kann nö gut doch da ist noch einer doch da ist noch einer den habe ich natürlich auch versucht ähm hallo äh äh h h h h h Ah, ah, ah! ja guck mal später ich glaube dass er wirklich war Das war's für heute. Keine Ahnung, was mich da jetzt bitte erwartet. Schieß auf die... Schieß auf Dinge, erreiche die schnellste Zeit. Fahren, schießen. Okay. Keine Ahnung. Aber okay. Machen wir das noch. Machen wir das noch. Ich bin einfach eine Falle. Das ist mein Scheiß. Geh an aaaaiiii Du ja! Oh mein Gott, fast! Okay, good. We have all this. Okay, good. 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 Warum läuft die jetzt hier unten so ganz hoch? Hä, was ist das für ein tofes Automaten-Gang? Wenn ich 64 bin, habe ich erst für Fee freigeschalten. Toll. Wow, Freunde! Spiel gewonnen! Guck! Guck! Whoa! Guck! Guck! EHHH! Guck! 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 Herr me Understand. Noch einmal. Oh mein Ich fühle mich nicht so weit mit ihm zu sagen Also der hätte er auf dem Heiß veröffentlichen, so schützange Hmmmm Das war's für heute. Wir haben sie ein wenig geschaut. Was ist das? Wir wissen, dass wir uns hier weiterverkauft haben. Wir haben noch einen grossen Geist. Wir können sich über die Einladung ansteigen. Wir können uns nicht mehr stehern. Wir müssen uns in der Hand einladen. Was ist denn, Brass, geht vorbei? hallo 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 was ist das Das kann man rausfahren. Ne, da möchte ich keinen Versuch, ehrlich gesagt, auch machen. Warte, kriege ich denn dann noch eine Lohnung von dem? Okay, ich muss die Lohnung hier nicht genauer ausmachen. Also, da geht's schon mal gut. Ich muss erstmal kurz hier... Das so gut. Okay. Nein! Nein! Nee, nicht. Ist ja eigentlich nur da hoch. Nein. Ich muss da wohl noch mal, weil der noch einen Preis hat. Ach, I don't know, was ist das? Du hast einen Schuss aufheben lassen, und dann müssen wir ihn draufstehen. Oh mein Gott! Yeeha! Boah! Oh, runder Wasser! Der ist ja anscheinend, nicht? Oh mein Gott! Ich muss vielleicht nur aufhören, als ob das hier möglich ist. Okay. Okay. j 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 D J J D J Nein Nein Ich weiß nicht, dass ich das hier auf dem Oh ja, ich weiß nicht, dass ich das hier in der Kann ich doch nicht Ja Ich weiß nicht, dass ich das hier noch nicht Oh! Oh, hier ist ja auch so nehmt, ne? Ach, ehrlich war keine Ahnung. Oh! Hey! Hey! Ah! Oh! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh shit! Mh! Hab ich denn noch irgendwelche Wurfs, die ich noch gar nicht ausprobiert hatte? Aber neue kann ich aktuell auch nicht kaufen, oder? Ich meine, der sagt ja so, ah ja, das fahr ich einfach mal. Ah, der ist verkauft. Aber ich meine, hier war auch nix mehr. Ich kann mal so rein schlafen. Wirklich in diesem Part schlafen ich mir so rein. Keine Ahnung warum auch noch. Schon wieder? Ja! Liegt's an der Kamera? Ja, ja, es liegt an der Kamera. Hallo! Kann ich mir wieder eine sichtbare Kahn? Ähm. Da fack geht doch. Was war das? Für ne Karte. Na, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du bist mir! Da, ja, ja. Tja! Keine Ahnung was ich noch tun könnte. Genau, ich wollte noch dieses Waldschweig machen, wo die sind das. Hier auch irgendwo. Ja, hier ist auch irgendwo so. Aber ich hatte doch das angefangen. Oder, keine Ahnung, musste ich die Aufgabe in einem Eimer beenden? Ja, das war wohl so. Vielleicht ist der dann da, in diesem einen Schatzkameraum. Dann gehen wir erstmal nur wieder raus. Und gehen auch wieder zu den Typen hin, wo wir schon beim letzten Mal waren. War als ob, ich hätte mich jetzt erstmal tot suchen können. Der ist ja hier schon direkt. Wo bin ich da schon? Ich geh jetzt auch da wieder rum, wo dieser komische Automat ist. Dann versuche ich doch mal da hochzukommen. Irgendwie möchte ich gerne die Feder haben. Genau hier nämlich. Ich komm mich da. Los. What the fuck? Oh my god. Jochen, das ist genau da, wo ich eh hin wollte. Ich glaube ich jetzt eh nicht hinkomme, weil ich mich ja auch schon ewig was holen Und dann müssen wir irgendwann bald ja nochmal in der Zukunft nochmal wieder rum weg fahren Weil wir müssen nochmal zurück, weil da gibt es safe hier, warte Ja, da gibt es auch noch sehr viel, da gibt es insgesamt 25 Ah ja, da gibt es insgesamt 25 Und hier gibt es, oh what the fuck Das Ding ist einfach größer als ich dachte Ich dachte einfach, das Game ist kürzer, aber wenn ich das mittlerweile so merke, nein Das ist gar nicht Aber ja, das wird eigentlich dann ein nices Projekt Auch wenn es ein größeres wird, was ich jetzt echt nicht so auf dem Schirm hatte Und tatsächlich Oh, wie ist das? Ich bin völlig sicher, ja 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 Ich bin völlig krank negative Ich bin völlig krank, aber ich habe es nicht so auf dem Saat Ich bin völlig krank, aber ich hab, ich bin völlig krank Ich bin völlig krank, aber ich bin völlig krank Ein Willkorn ist. Ich will gar kein Bock drauf. Genau da war der Wald. Ich hab jetzt das, was ich glaube, was ich habe. Ja, ja. Ja, 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 ja. Hello. Aber ich so? ja klar ich glaube hier war mal so eine halbe muss halt und dann muss trotzdem irgendwo noch der rote kreis dann heißt hier ist noch so viel unentdecktes wo ich gar keine ahnung habe auch gar nicht mehr so was ich machen könnte mit dir wollte ich gar nicht reden aber ja ich glaube warum habe ich diesen auch nie ich habe ihn übersehen und das verwundert mich nicht da er hat er natürlich auch oben wie wo ich da denn so irgendwie dran ich da denn so irgendwie dran Mann, der Armour, der hat sich keine Musik gemacht. hat aber ja ich glaube das war es dann für den Part boah keine Ahnung was wäre ich meine hier fehlt hier auch noch ein hier fehlt hier auch noch so ein äh diese sechs extra Schmetterlinge da oder so äh ne ein so ein Schmetterling Ding und dann noch da dieses also fragt ihr selber das Ohl nochmal oh ne falsch genau hier sieht man es äh also boah man merkt es auf jeden Fall ähm aber ja hier ist wir haben eigentlich schon mehr oder weniger die Hälfte könnte man sagen mal gucken wie lange das noch geht dann würde ich sagen sehen uns wollen wir jetzt mal wieder haut rein und ciao auf auf